Hallo hier ist Kai vom Phonet Music Club aus Berlin. Die neue Platte ist da. Hier heißt sie und so sieht sie aus. Und wunderbarerweise hat mein Sohn Philipp da wieder auf einigen Songs Klavier gespielt. Das ist für mich jedes Mal ein Fest. Infos zur Platte, Musikbeispiele gibt es im Netz. Beispielsweise unter runninghouse-media.de slash projekte und dann schaut ihr bei Musikreleases. Da findet ihr auch noch ein paar Infos zu älteren Platten. Natürlich wird es auf YouTube das ein oder andere Video geben. Und ihr könnt mir auf Facebook schreiben, wenn ihr wissen wollt, wie man an diese Platte kommt oder auch sonst Fragen habt. Das war es schon über Kai vom Phonet Music Club aus Berlin. Ich freue mich und wir sehen und hören uns. Ciao. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020